Wir haben hier keinen Sound, okay? Ohne mich, wir haben hier nicht mehr offen! Da gibt's noch einen von, der wir selbst nicht haben halten! Nee, nee, ohne mich hättet ihr vielleicht nur alten Sounds, dahin ist noch der Bahn hier. Da ist die andere Hefte der Technik! Einen riesen Applaus, bitte Gott, Leute! Das ist ja Wahnsinn! Hier steht jedes Mal Technik im Wert von ein paar Tausend Euro. Das ist nicht übernahm, deswegen. Herzlichen Dank, wirklich, herzlichen Dank. Super, das war's auch da, Entschuldigung. Ja, das ist ganz rührende, aber das wollte ich mir eigentlich gar nicht abholen. Ich wollte nur Bescheid sagen, dass wir mit dem Manuel da hinten, wir würden uns freuen, wenn vielleicht ein paar Tontechniker, ein paar Bühnentechniker, einfach ein paar Aufbauhelfer, Leute, die selbst Material haben, Technik haben, die irgendwie die Bereitschaft haben, das Ding zu unterstützen, wenn ihr einfach mal kommt und euch bei uns meldet, sodass wir auch das hier bis nächstes Jahr, bis Frieden ist, durchziehen können. Vielleicht, vielleicht, wenn wir Winter haben, das ist mir zu hell, Mann. Also, wenn wir Winter haben, dann brauchen wir natürlich auch Lichttechniker. Also, bis dahin. Wäre schön, danke. Jo, danke. Das ist der Punkt, jeder kann sich einbringen. Immer wird gefragt, was soll ich machen, ey. Hält einfach, kommt ja her, das ist schon zu viel. Komm her, lieber. Die Lauf-Demos noch. Hallo, ich bin Sven. Wir machen jetzt ja jeden Montag diese Lauf-Demo zurzeit während der WM von der Gedächtniskirche um 17 Uhr geht's los bis hier zum Potsdamer Platz. Wir brauchen aber viel mehr Leute. Wir haben heute den Bürgersteig gehabt, aber ihr seid alle hier. Kommt mit und lauft von der Gedächtniskirche bis hier zum Potsdamer Platz mit uns. Wir brauchen Unterstützung. Sehr schön. Und das ist dann auch immer so eingepackt, dass man pünktlich im Akten nur ungefähr hier ist und auch nichts verpasst.